Hey, liebe Leute, so wie ich gerade aussehe, kann ich mich unmöglich jetzt gerade zeigen. Ich muss nur noch duschen gehen, aber ich wollte kurz eine Sache mit euch teilen. Ich bin nämlich ab jetzt ein glücklicherer Mensch. Und zwar ist das Album jetzt draußen, von dem ich gesprochen habe. Das ist noch schön pünktlich mit der Post angekommen. Sehr schön. Und ich würde sagen, verbunden damit werde ich heute wahrscheinlich den ersten Teil des FAQs drin. Ich habe mir überlegt, ich mache mehrere über den Monat verteilt. Und heute, also wenn sich mehr Fragen ansammeln natürlich. Ansonsten, also heute werde ich wahrscheinlich die Fragen beantworten, die bisher gestellt wurden. Und ja, bis dann. Und dann erzähle ich noch was, weil heute ist noch ein besonderer Tag auf eine andere Art und Weise. Siehe, heute 13 Uhr. So, liebe Leute, und damit heiße ich euch jetzt herzlich willkommen zu dem FAQ. Also, kurze Anmerkung am Anfang, es ist das erste FAQ. Das bedeutet, wenn ihr bis jetzt noch keine Fragen gestellt habt, dann schreibt die ruhig hier runter oder unter die nächsten oder vorherigen Vlogs auch in die Kommentare. Denn wenn sich noch Fragen ansammeln, will ich auf jeden Fall noch ein zweites FAQ machen. Wenn sich zum Beispiel hier aus dem Video aus meinen Antworten noch mehr Fragen ergeben oder etwas anderes komplett noch interessiert, dann bitte her damit. Wirklich, ich liebe sowas. Ich muss jetzt mal ganz kurz etwas auf meinem Handy gucken. Und zwar habe ich eine SMS abgesendet habe an meinen Vater. Die muss ich nämlich noch absenden. Ich weiß nur nicht, ob ich sie abgesendet habe oder nicht. Okay, ich habe sie abgesendet. Gut. Das bedeutet, wir können loslegen. Eine Sache noch am Anfang. Ich werde bewusst unter das FAQ keine Musik legen, weil das FAQ wird so an sich wahrscheinlich etwas länger dauern. Ich werde auch ziemlich viel schneiden, weil ich habe mir noch keine Antworten überlegt, nur so ganz grob hier und da mal rüber gelesen. Ich werde das also relativ spontan entscheiden, aber vielleicht werde ich hin und wieder doch mal länger nachdenken und das dann rausschneiden. Und weil es halt etwas länger gedauert, habe ich mir gedacht, okay, macht euch doch an der Stelle selbst ein bisschen Musik an, was auch immer euch an Musik gefällt, und hört zu der Musik, die euch gefällt, mein FAQ. Deswegen bewusst hier keine Musik, anders als sonst. So, ich habe mir für heute zwei Fragelisten ausgedruckt. Das sind insgesamt 25 Fragen. Also es wird vielleicht wirklich etwas länger dauern. Dabei sind 15 Fragen von Dave und 10 Fragen von Trün. Und die habe ich jetzt hier und werde abwechselnd die stellen. Allerdings, wie gesagt, ich will unbedingt noch eine FAQ machen. Ich liebe es, Fragen zu beantworten. Heute ist ein schöner Tag. Und ich muss noch eine Kulisse herholen. Aber die liegt erst mal hinter meinem Rücken. So, ist es gut. Ich habe mich jetzt entschieden, hier in meinem Zimmer zu drehen, weil dann kann ich, wenn es zu irgendeiner Frage passt, wirklich noch mal was herholen. So, und wir fangen an. Ich werde versuchen, die Fragen einzublenden, wenn ich nicht vergesse. So, das bedeutet, wir werden mit einer Frage von Trün anfangen und dann, nee, mit einer Frage von Dave anfangen, weil es mehr sind, und dann halt immer im Wechsel gehen. Und am Ende halt nur noch die letzten Dave-Fragen. So, also, Frage Nummer eins. Dave fragt, welche Musik hörst du gerne? So, die Frage habe ich eigentlich schon öfter gerne mal beantworten wollen. Ich bin nämlich sehr, sehr musikoffen, eigentlich. Es gibt eigentlich nur wenige Musikrichtungen, die ich wirklich absolut gar nicht höre. Und das sind eigentlich so Elektro, Techno, Dubstep und sowas halt. Sowas total Künstliches, sag ich mal. Also, halt so absolut nicht mit echten Instrumenten und alles sowas. Oder selten, da sind es mal zusammengemixt mit irgendwelchen Samples oder so. Oder manchmal bestimmt auch mit echten. Aber das ist einfach nicht, das ist einfach absolut nicht meine Richtung. Und zweitens, Rap, da bin ich vollkommen abgeneigt. Ich persönlich sehe das auch nicht als Musik. Aber, also natürlich, mit Ausnahme, zum Beispiel Deutschrap, finde ich das Schlimmste, was der Welt passieren konnte. Wirklich, das ist so, also meiner Meinung nach, es ist richtig ekelig, richtig abartig. Aber, ja. Ich bin ansonsten relativ offen. Also, ich höre eigentlich hauptsächlich so in Richtung Alternative Rock oder auch Progressive Metal ziemlich viel, Hard Rock. Also, eigentlich, das ist so die Hauptrichtung. So ein paar Bands, die ich aufzählen kann, die zu meinen Lieblingsbands gehört sind, in Richtung Punk, Rock, ganz typisch Billy Talent, AFI, Fire and Sight, aber eher so die älteren Alben, Sing the Sorrow vor allem. Super, wirklich super. Ähm, was haben wir noch in Richtung Thrice? Avenged Sevenfold, The Strange, Protest the Hero. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht so vor dem Kopf hier, was ich alles höre, noch etwas stärker. Dann Phineas und The Faceless. Das sind so noch etwas stärkere. Dann, ja, etliche Sachen, so in die Richtung. I am Ghost, falls das jemandem was sagt. Ein bisschen melodische, sage ich mal. Und ansonsten so in Richtung des nicht so Metaligen oder nicht so, nicht so Starken. Ach ja, und bei Hard Rock noch natürlich Papa Roach, aber auch die älteren. Das ganz neue, das finde ich auch unfassbar schlimm. Und dann so, wie gesagt, ein bisschen von dem härteren weg. Da gibt es so Bands wie Fallout Boy, aber auch nur das alte. Das neue finde ich auch ganz, ganz, ganz ätzend. Äh, dann Panic at the Disco. Auch da nur so erstes, zweites Album. Vielleicht noch ein paar Lieder vom dritten. Aber alles danach finde ich auch kotz, kotzig. Äh, Muse gefällt mir super gut. Das neueste Album da auch nicht so gut. Oder die neuesten beiden auch nicht so gut. Aber auch da der alte, das alte Zeug, mega. Also das höre ich, kann ich immer, immer wieder hören. Ähm, und etliche Sachen wirklich. Ich, ich höre wirklich, wirklich, wirklich viel Musik. Ihr könnt allein auf meine B3-Player gucken. Da habe ich so viele, hunderte verschiedene Bands. Und auch auf Spotify höre ich einfach alles. Mein Last of M-Profil werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ich das noch nicht getan habe, da könnt ihr auch so ein bisschen rumstöbern. Aber meine absolute Lieblingsband, die habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Die ist meiner Meinung nach wirklich was Außergewöhnliches. Und die heißt The Deer Hunter. Und da ist heute, am 9.9., äh, das Album hier rausgekommen. Die haben so ein bisschen so, Prinzip, also die machen hauptsächlich Konzeptalben. Also Alben, die irgendwie in der Story und im Konzept einfach zusammenhängen, sozusagen. Und, äh, die haben alle eine Storyline, sozusagen. Ähm, die heißt, äh, glaube, The Lake and the River, heißt es. Das ist sozusagen ein Musical. Und ist über sechs CDs verteilt. Da ist heute, wie gesagt, Teil fünf rausgekommen. Und die ersten vier gibt es jetzt schon länger. Teil vier habe ich ja auch irgendwo rumliegen. Und die ersten drei noch nicht. Aber die ersten drei werde ich mir noch kaufen. Und natürlich das sechste. Und zusätzlich dazu haben sie auch noch zwei andere Alben, die... Die, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Diese Band ist einfach so außergewöhnlich. Und einfach verdammt geil. Und, ja. Äh, ein Thema... Äh, eine Sache möchte ich zum Musikthema noch ansprechen. Ihr seht, ich bin jetzt schon bei siebeneinhalb Minuten. Vielleicht mache ich doch nur die Hälfte. Und mache den Rest dann erst morgen oder so. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Ähm, auf jeden Fall möchte ich noch meine vier Lieblingslieder ansprechen, bevor wir zur nächsten Frage gehen. Das sind auf Platz vier, einmal von Arcane Roots. Ähm, Nothing Breaks, Nothing Moves. Dann auf Platz drei. Moment, ich habe mir das aufgeschrieben. Ich habe nur gerade die Notiz nicht hier. Deswegen bin ich da immer ein bisschen schwer. Ich verschiebe da auch gern was und so. Ähm, auf Platz drei ist This Time Imperfect von A.Y. Auf Platz zwei White Sparrows von Billy Talent. Und auf Platz eins ganz ungeschlagen, äh, Red Hands von Deer Hunter. Das ist mein absolutes Lieblingslied. Und das wird sich wahrscheinlich auch niemals ändern. So. Abgesehen von dieser ganzen Musik höre ich übrigens auch sehr gerne Soundtracks von Spielen wie Final Fantasy, Banjo, Der Clue, Kingdom Hearts. Alles. Ich habe so viele Spiele und auch so viele Spiele-Soundtracks. Deswegen da höre ich sie auch auf Hitman-Musik unfassbar gern. Und so weiter und so fort. Paper Mario. Gibt viele sehr gute Soundtracks. Damit habe ich jetzt für die erste Frage und die Introduction ungefähr neun Minuten gebraucht und mein Kamera-Akku ist fast leer, sehe ich gerade. Das ist ganz schön ätzend. Ähm. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit einer Frage von Trünnen. Und wie gesagt, mal gucken. Wenn ich hier irgendwie die 20 oder 25 Minuten überschreite, dann werde ich wirklich wahrscheinlich einen kleinen Cut machen und einen anderen Tag weiter machen. Weil, das war jetzt eine von 25 Fragen. Shit. So. Trünn fragt als nächstes, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Das ist, ähm... Also, da muss ich mal ein bisschen nachdenken. Das ist relativ lange zurückliegend. Ähm. Im September jetzt noch, ich glaube am 21. Oder... Nee, am 20. September, glaube ich, wird mein Kanal sechs Jahre alt. Äh. Das bedeutet, meinen Namen gibt es jetzt schon eine Weile. Fast sechs Jahre jetzt. Äh. Ich bin damals drauf gekommen. Also, mein aktueller Spitzname ist ja Ju. Und früher aber, als wir noch jünger waren, äh... Oder, als ich noch jünger war, da war mein Spitzname JuJu. Also, halt zweimal Ju. Finde ich inzwischen unfassbar gay, aber... Ist nun mal so. Ähm. Ja, das war mein Spitzname damals. Und dann habe ich mir irgendwann halt einen YouTube-Kanal erstellt und wollte mich halt The JuJu nennen. Also, mit The davor. Einfach so als Titel, weil das früher irgendwie in war. Glaube ich. Und dann halt ganz normal meinen Namen danach. Aber der Name war vergeben. Und ich glaube auch mit JuJu und mit jeweils zwei U's war, glaube ich, auch vergeben. Und dann, äh... Bin ich ausgerastet. Hab einfach jeweils vier U's getippt, weil ich wollte, dass es die gleiche Anzahl hinter dem J ist jeweils. Ähm. Und dann waren es halt vier U's. Und... Ja. Den gab's dann und dann hab ich meinen Kanal so erstellt. Keine große Story. Ist einfach so. So. Dann gehen wir weiter mit einer Frage von Dave. Der fragt mich, wann hast du zum ersten Mal Der Clou 2 gespielt? Und woher kennst du das Spiel? Das ist tatsächlich eine kleine Insiderfrage, wie er auch dazu geschrieben hat, weil wir haben uns quasi durch das Spiel kennengelernt. Ähm. Das kennen halt nicht viele. Aber ich möchte das kurz beantworten. Allerdings... Muss ich dafür kurz mal Die CD holen. Denn Ich habe das Spiel kennengelernt Ähm. mit der Screen Fun, die wir damals gekauft haben. Also mein Bruder hat die immer gekauft. Und ich habe dann halt auch sehr gerne die Spiele davon gespielt. Und zusammen mit der Screen Fun, auf der das Spiel oben war, wie man hier unschwer erkennen kann, da habe ich es damals kennengelernt. Und zwar war das im Juli 2003. Da habe ich es zum ersten Mal gespielt. Also vor 13 Jahren. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel rausgekommen ist. Ich glaube, 2002 ist das Spiel rausgekommen. Also, ich habe es zum ersten Mal vor mehr als 13 Jahren gespielt. Da war ich also naja, Ich liebe dieses Spiel. So. Dann machen wir jetzt wieder weiter mit einer Frage von Trün. Ich werde mich mal verstecken. Ich will es nicht aussprechen. Die Frage ist, wie viele Tumore hast du mittlerweile schon? Ich wollte es sowieso noch anmerken. Ich versuche, jede Frage, wie man wahrscheinlich auch jetzt gerade merkt, möglichst ernst zu beantworten. Aber es gibt Fragen, da frage ich mich selbst, gibt es darauf eine ernste Antwort? Eine ernste Antwort wäre, meines Wissens nach, keine. Aber, um mal so ehrlich zu antworten, also ich sage öfter mal, aus Spaß, ich weiß, es ist absolut nicht lustig eigentlich, aber ich habe halt doch einen relativ schwarzen Humor und ich sage halt auch gerne so was wie, ich sammle Tumore oder ich sammle Aids. Und demnach, Trün müsste ich mittlerweile ungefähr 14 oder 15 haben. Machen wir weiter mit einer Frage von Dave. Nochmal was, was die ersten beiden Fragen von Dave ein bisschen zusammenfügt. Die Frage ist nämlich, findest du die Deklo 2 Musik genauso geil wie ich? Er schreibt dazu auch Fangfrage. Aber, ja, was heißt Fangfrage? Es ist halt, es ist halt für uns beide logisch, was ich da antworte. Deswegen, ja, äh, definitiv, ja, ich finde die Musik sehr geil, deswegen benutze ich sie ja auch in den Vlogs sehr gerne. Falls ihr euch mal gefragt habt, was das manchmal für Musik ist, das ist, äh, ziemlich häufig Musik, das ist der Deklo 2. Äh, meine Lieblingslieder sind da eigentlich, äh, äh, also besonders früher, das, was im Hotel kommt, ich glaube, das ist Lied, Lied sieben oder acht, oder sechs, sechs, sieben oder acht im Soundtrack, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, Lied acht war das im Soundtrack, ich bin mir nicht ganz sicher. Und etliche andere Lieder, das, was in der Kaserne kommt, das, was beim Einbruch kommt, und, das letzte, keine Ahnung, der ganze Soundtrack ist einfach mega, mega cool. Und auch der von Teil eins, ähm, da höre ich besonders das Hotelzimmerlied sehr gerne. Also ja, definitiv, mag ich sehr. So, dann machen wir wieder weiter mit einer Frage von Trün. Die dritte Frage, äh, von ihm, welche Konsolen besitzt du aktuell und welche ist die, die du am meisten magst? Ich muss gestehen, die Fragen von Trün habe ich mir noch gar nicht durchgelesen, weil ich mich da jetzt hier auch so ein bisschen überraschen wollte. Also erstmal, und da kann ich ja ein bisschen nach hier verweisen, man sieht jetzt nicht alles, ich will das Stativ jetzt auch nicht unbedingt drehen, ähm, aktuell besitzen. Schwer zu sagen, weil wir halt nie eine verkauft haben oder so, also alle, die wir jemals besessen haben, besitzen wir eigentlich auch noch. Ähm, und jetzt ist hier natürlich die Frage, welche ich aktuell besitze, und deswegen werde ich nicht darauf eingehen, was mein Bruder noch drüben hat oder meine Schwester oder so, ähm, und auch wenn du gefragt hast, Konsolen, äh, werde ich mal Handhelds, ähm, trotzdem mit reinnehmen. Das sind ja offiziell eigentlich keine Spiele, Konsolen, aber, naja, kann man sehen, wie man will, ich sehe sie als, äh, als separat geteilt, nicht so wie Tiere und Insekten. Also, wir haben hier als erstes, äh, 3DS, das ist ein normaler 3DS, also kein XL, und ich muss sagen, inzwischen kotzt mich das an, ich werde mir wahrscheinlich irgendwann auch nur ein XL besorgen, in Metallic Blau, weil mir die Farbe am besten gefallen hat, und spiele ich momentan noch relativ aktiv, besonders, äh, die beiden Spiele, Project Crosszone 2, und, äh, Theatrhythm Final Fantasy Curtain Call, das ist, wo wir vorhin beim Thema Musik waren, quasi ein, quasi ein Guitar Hero mit, äh, Final Fantasy Musik, und Project Crosszone ist ein Strategiespiel, so ein bisschen wie Fire Emblem, und ist ein Crossover von ganz vielen verschiedenen Spielereien, von Soul Calibur, über Tekken, Mega Man, Devil May Cry, und so weiter, ziemlich, ziemlich cool, meiner Meinung nach, aber zieht sich manchmal ein bisschen, ist schon der zweite Teil, den ersten hab ich, äh, auch durchgespielt, den hab ich auch hier, aber auch von 3DS, ich hab auch noch mehrere 3DS-Spiele, die seht ihr, sogar, hier unten liegen, mh, da, so, ansonsten, in meinem Zimmer stehen, also, da drüben liegt noch ein Gameboy Advance, SP, den sieht man jetzt aber hier nicht, ähm, hier steht eine Wii, wie man noch erkennt, und eine PS3, wie man erkennt, und da drüben, wo man nicht mehr hingucken kann, steht noch eine Xbox 360, und, äh, eine PS4, und, äh, die Frage, welche ich am meisten mag, die Frage muss ich sagen, finde ich etwas blöd, weil, ich hab schon immer, dieses, kann sagen, diese Konsolentriegerei hier, Nintendo ist nur Kinderkonsole, PS ist besser, ne, Xbox, äh, äh, habe PC ist doch das Beste, oh, äh, hab ich schon immer gehasst, deswegen möchte ich mich da, insofern enthalten, indem ich sage, ich mag sie alle sehr gern, ähm, ich habe nicht umsonst eine PS3 und eine Xbox 360 liegen, weil, für beide gibt es extrem geile Exklusivtitel, die es für mich wert waren, beide Konsolen zu besitzen, und ansonsten, ich hab beide, wahrscheinlich gleich, oft gespielt, momentan spiele ich am häufigsten PS4, äh, hauptsächlich wegen der Aufnahmen, und, äh, weil da halt gerade so aktuellere Spiele rauskommen, die ich auch spielen möchte, sowas wie Witcher 3 zum Beispiel, äh, und die Wii genauso, da gibt es so gute Spiele für, äh, ich würde hier, wenn ihr mich fragen würdet, welche ich am meisten mag, auch mit 3DS und PC, als Spielekonsole gesehen, kann ich nicht antworten, mag ich alle gleich, ähm, auf dem PC habe ich natürlich auch etliche, etliche Spiele, genau wie auf dem 3DS, aber, ähm, der PC ist natürlich insofern noch besser, weil man damit halt noch eine ganze Menge mehr machen kann, als mit einer Spielekonsole, aber jetzt wirklich nur im Hinblick auf Videospiele, alles gleich gut, kein Unterschied, für mich, auch grafisch gesehen mag die PS3 besser sein, als die X360, und die PS4 natürlich noch besser, und das alles sowieso besser als die Wii, mit I don't give a shit, keine Ahnung, kann ich nicht antworten, so, dann würde ich sagen, wir sind jetzt bei 18 Minuten, ich mache jetzt erstmal noch zwei Fragen, ne, ich mache noch drei Fragen, vier Fragen, weil die relativ schnell gehen, und dann überlege ich, ob wir wirklich erst morgen weitermachen, so, der Dave fragt, wie gefällt dir das Vloggen bisher, Daily Vlogs können natürlich ein wenig anstrengend sein, aber mach mal weiter so, so, also erstmal, ich mache definitiv den September noch weiter so, Daily Vlogs, bis natürlich, bis natürlich auf Aufnahmen, zum Beispiel Sonntag, kommt wahrscheinlich kein Vlog, ähm, aber nur wahrscheinlich, vielleicht mal sehen, ähm, ich muss sagen, das Vloggen macht mir viel Spaß, ich mag es ruhig, an meinem Leben teilhaben zu lassen, ähm, es gibt aber, aber, allerdings auch einige Abers, ähm, zum einen, das Aber, das erste Aber ist, ähm, bei mir passiert einfach momentan nicht so viel, deswegen kann ich euch auch einfach an, an nicht so viel teilhaben lassen, dann am Vloggen, wie ich das schon mal gesagt habe, habe ich noch das Problem, ich kann nicht einfach so in die Öffentlichkeit gehen, die Kamera auf mich richten, und anfangen zu labern, während hunderte Menschen um mich rumlaufen, oder selbst wenn nur 20 Menschen um mich rumlaufen, ähm, das, dazu bin ich einfach noch zu, schüchtern, keine Ahnung, weiß nicht, das ist einfach ein komisches Gefühl, mit dem ich noch nicht umgehen kann, und auch noch nicht unbedingt umgehen möchte, ähm, wäre was anderes, wenn ich jetzt so ein 2 Millionen Abo, äh, Abo, äh, YouTuber wäre, aber mit meinen 428, äh, ist das einfach ein ganz komisches Gefühl, ne, ähm, ja, und ansonsten, irgendwas sprach noch dagegen, was ich gerade sagen wollte, ich habe es vergessen, ja, wie gesagt, es passiert einfach gerade nicht so viel, deswegen kann ich nicht so viel zeigen, ach ja, genau, ähm, und halt, was ich noch etwas schade finde, wie gesagt, dadurch, dass ich ja momentan Daily Vlogs mache, also ihr wirklich jeden Tag, Tag aktuell seht, was bei mir passiert, und ich teilweise erzähle, was morgen passiert, und ihr das also wisst, bevor ich es ausgeführt habe, ähm, würde ich mir halt super gern noch mehr Interaktionen wünschen, aber das kann man halt bei meiner Kanal, äh, Größe nicht erwarten, deswegen, ja, ist halt schade, aber, damit muss ich leben. So, dann haben wir die nächste Folge wieder von Trün, der fragt, was ist dein Lieblingsspiel? auch hierauf kann ich wieder keine Antwort geben, ich habe etliche Spiele, auch vor allem, weil man, was weiß ich, ein Rennspiel nicht mit dem JRPG, äh, vergleichen kann, ähm, es gibt eigentlich so, aus jedem Genre Spiele, die mir am besten gefallen, am wenigsten gefallen, äh, grundsätzlich kann ich aber sagen, dass es schon so ein paar Favoriten gibt, äh, wie zum Beispiel, Paper Mario 2 für den Gamecube, ähm, Witcher 3, PS4 war ein super Titel, ähm, ähm, Kingdom Hearts 2, und Birth By Sleep, super, super Spiele, die ich etliche Male spielen könnte, Tomb Raider 2, wahrscheinlich mein Alltime Favorite, äh, Tomb Raider Spiel, und, auch generell, mega, mega Spiel für mich, äh, Soul Calibur 3, habe ich unfassbar gesuchtet, ähm, Final Fantasy 4 und Final Fantasy 8, und generell alle Final Fantasy, es ist eigentlich aber besonders 4 und 8 für mich, ähm, und 9, aber 9 habe ich noch nie selbst durchgespielt, äh, äh, die ganzen Lego-Spiele sind super cool, und, Jack and Dexter 1, Banjo-Kazooie, natürlich, äh, es gibt halt so viele Spiele, die ich unfassbar gut finde, Dishonored, mega Spiel, wirklich, das habe ich auch 2012 und 2013, zu meinem, äh, zu dem, meiner Meinung nach, besten Spiel des Jahres, äh, oder der beiden Jahre, äh, verkündet, glaube ich, für mich, momentan, also als, als Online-Spiel dann noch, Call of Duty Modern Warfare 3, egal wie scheiß und ungebalanced und voller Hacker es sein mag, aber, wir spielen ja momentan immer 3 gegen 3 privat, und auch so, ich habe etliche 100 Stunden verbracht, mit Leuten, hatte unfassbar viel Spaß, aber ich würde es jetzt niemals vergleichen mit Kingdom Hearts 2, und so, es gibt einfach so viele Spiele, die ich mag, und die mir richtig, richtig gut gefallen, Arx Fatales, und etliche, ich kann die gar nicht alle aufzählen, die mir gefallen, und deswegen, Rogue Galaxy, super RPG, ähm, und deswegen kann ich auch die Frage leider nicht beantworten, ich kann nur ungefähr 1000 Spiele aufzählen, die mir super gefallen, gut, dann machen wir jetzt noch zwei Fragen erstmal, äh, das eine bezieht sich auf meine Let's Plays, und das nächste auf mich nochmal, ähm, ich frage jetzt erstmal schnell, äh, die Frage von Trun, obwohl wir gerade schon eine von Trun hatten, ähm, weil es einfach schnell geht, und zwar fragt er, wie alt ich bin, ich bin aktuell, seit fast einem Monat, oder seit, seit ein paar Wochen, sagen wir, ähm, bin ich 19 Jahre alt, auch wenn ich Juni Harris sehe, ich weiß was, aber, ja, ich bin 19 Jahre alt, und, ähm, und, ähm, ähm, dann fragen wir jetzt noch die eine Frage von Dave, der hat nämlich gefragt, um nochmal beim Spielbusiness, sag ich mal, und bei, auch bei Der Clue 2 zu bleiben, äh, könntest du dir in Belde, oder, könntest du dir bald, ein Der Clue 2 Re-Replay, oder Re-Re-Let's Play vorstellen, äh, äh, warum Re-Replay denn? ein ordentliches Mikro da hab, und, deswegen gerade mit dem Projekt nicht fertig wird, und ob Oktober mein Studium beginnt, und so, wird es zeitlich wahrscheinlich, ein bisschen knapp, aber ich kann mir vorstellen, so spätestens, erstes Quartal 2017, wurde da garantiert, ein drittes Let's Play zu folgen, quasi mit, mit mir, wie ich jetzt bin, ähm, da freu ich mich schon sehr drauf, weil ich könnte dieses Spiel einfach so oft spielen, natürlich, das auch, bei der Frage Lieblingsspiel, definitiv auch, mit in diesen Korb mit rein, definitiv, Superspiel, meiner Meinung nach. So, jetzt sind wir bei 25 Minuten, ähm, wir haben, fünf Fragen von Trün, und fünf Fragen von Dave fertig, das macht zehn, das heißt, wir noch 15 offen, boah, ich find's ein bisschen schade, weil die Sache ist, dadurch, dass ich jetzt der Tag aktuell aufnehme, kann ich auch nicht einfach sagen, jetzt, gut, das war's mit der Folge, tschüss, und dann jetzt direkt das für morgen aufnehmen, nee, ich will das der Tag aktuell aufnehmen, das bedeutet, ich kann auch das FAQ erst morgen weiter beantworten, das ist ein bisschen schade, ich hätte jetzt sehr, sehr gern weitergemacht, aber, ich will einfach keinen, keinen 40 Minuten Vlog haben, das ist einfach zu crazy, so, ja, Dave und ich, wir feiern heute unser zweijähriges, äh, schaut mal auf das Video, was heute 13 Uhr kam, auf dem Thumbnail, nur so ein, geschriebenes weißes Herz, auf dem schwarzen Hintergrund, ja, und damit haben wir tatsächlich noch etliche Fragen offen, und ich muss sagen, die ganz interessanten Fragen, die kommen eigentlich erst noch, die kommen erst noch, liebe Leute, äh, deswegen, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch mehr Fragen habt, morgen wird dann wahrscheinlich der zweite Teil dieses FAQs kommen, und irgendwann nächste oder übernächste Woche, möchte ich dann gern noch weitermachen, aber dazu brauche ich halt noch mehr Fragen, also, liebe Leute, das war's für heute, ich nehm euch jetzt noch kurz mit hier, hier seht ihr nochmal die Spiele, äh, die Konsolen, Wii, PS3, Aufnahmegerät, Aufnahmegerät, PS4, Xbox 360, Spiele, 3DS, PC, gut, bis morgen, und ciao.